Ja, ich begrüße alle recht herzlich zu unserem weiteren Webinar WDRFA-Methodenentwicklung, das heißt also Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenzanalyse und da im speziellen Erstellen eines Messprogrammes. Mein Name ist Rainer Schramm, ich begrüße Sie recht herzlich heute zu diesem ersten Webinar, einer Serie von drei Webinaren, die sich um dieses Thema hier, die dieses Thema hier behandeln. Wir hatten im Oktober schon mal dieses Thema behandelt und das war damals die Agenda, da möchte ich gerne nochmal durchgehen. Hier sehen Sie die ganzen Punkte, die für die Entwicklung eines WDRFA-Messprogrammes wichtig sind. Und da schauen wir uns das nochmal im Detail an. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, bevor ich loslege. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die in das Fragen- und Antworten-Fenster F&A reinschreiben oder auch in den Chat, das wäre auch möglich. Wenn das passt, kann ich sogar während des Webinars das direkt beantworten. Ansonsten auf jeden Fall am Ende und wir haben eigentlich bisher immer alle Fragen beantwortet, sodass Sie auf jeden Fall vor diesem Webinar was mitnehmen werden. Aber kommen wir hier mal zu unserer Übersicht. Wenn Sie also auf Ihrer Wellenlängendispersiven RFA-Messprogramm entwickeln wollen, dann müssen Sie erst mal überlegen, welches Element Sie überhaupt messen wollen und müssen dann die Messbedingungen festlegen. Wenn Sie das getan haben, müssen Sie die Linienpositionen, die durch die Detektion vorgegeben sind, praktisch einjustieren, damit Sie immer die Maximum Ihrer Elementlinien messen und wenn benötigt auch Untergrundlinien anlegen. Dann schaut man sich die Detektionsseite an und definiert dort, was ist Rauschen, was ist Signal, gibt also dem Detektor gewisse Energiegrenzen vor, in denen er die Intensität bestimmen soll. Für die Kalibrierung müssen Sie sich dann noch überlegen, wie soll Ihr Resultat angezeigt werden, also ist eine Stichometrie zu berücksichtigen. Sie müssen sich überlegen, welche Messzeiten Sie benötigen. Das hat wieder einen Einfluss auf die Präzision und Richtigkeit Ihrer Analytik. Des Weiteren sollten Sie sich um Driftkorrektur kümmern. Das ist wichtig für die Langzeitstabilität Ihrer Methode. Naja, und dann brauchen Sie einen Satz Kalibrierproben, mit denen Sie das Ganze einstellen. Und wenn nötig, müssen Sie auch noch Störungen berücksichtigen, das heißt Linien von Elementen, die überlagert sind, vielleicht durch Korrekturrechnungen entsprechend einbauen in die Kalibrierung. Naja, da kommt die eigentliche Kalibrierung, also die mathematische Berechnung Ihrer Kalibrierkurve, was dann in der Steigung und dann weiteren Korrekturkoeffizienten resultiert. Und eigentlich nicht Thema dieser Webinarreihe ist natürlich auch die Validierung. Irgendwie müssen Sie überprüfen, dass die Arbeit, die Sie gemacht haben, auch korrekt ist und dem entspricht, was Sie wollen. Heute werden wir jetzt diese vier Punkte behandeln. Wir haben auf Wunsch von Ihnen nach dem Webinar im Oktober, dass das Ganze doch ein bisschen ausführlicher gemacht werden sollte, haben wir uns überlegt, dass wir es eben jetzt nochmal neu aufbauen und in drei verschiedenen Webinaren dieses ganze Thema behandeln. Beim nächsten Mal kommt also hier die Kalibrierung, als wird da zum Thema gemacht und beim Übernächsten dann, wie die Driftkorrektur eingebaut wird. Wir hoffen, dass wir durch dieses mehr in die Tiefe gehen, Ihnen noch bessere Informationen liefern können. Das heißt, ich kümmere mich heute um diese vier Punkte und da steigen wir jetzt mal ein. Grundsätzlich kann man ja mit der Röntgenfluoreszenz alle möglichen Sachen messen. Also die Applikationen kennen ja eigentlich keine Grenzen, solange sie eben diese Elemente enthalten. Also ich habe die mir hier jetzt mal blau markiert. In der Praxis misst man eben Abflur. Man kann in Ausnahmefällen auch Apparillium messen, bedeutet aber ein sehr hoher apparativer Aufwand. Das heißt, Abflur misst man in der Regel mit den normalen WDRFA-Geräten und kann dann im Prinzip bis Uran, also bis zu den radioaktiven Elementen, die da unten kommen, dann messen. Aber wir müssen uns natürlich, wenn wir Messbedingungen festlegen, auch mal anschauen, wie das Gerät funktioniert. Und da gucken wir uns jetzt mal die Röhrenseite an. Die Röntgenröhre selbst, die wird ja betrieben mit einer Hochspannung und hat dann selbst einen Röhrenstrom, der entsteht. Und durch die Elektronen, die in der Röhre fließen, wird dann letztendlich Röntgenstrahlung erzeugt, die durch ein Fenster austritt und die dann eben entsprechend durch bauliche Maßnahmen zur Probe geleitet wird. Man kann dann noch einen Filter einbauen, der die Strahlung verändert, aber letztendlich trifft dann eben diese Strahlung auf die Probe. Die Röhre selbst, die emittiert ein gewisses Röntgenspektrum, was einmal ein kontinuierliches Spektrum über die ganze Energie ist und entsprechend dem Anodenmaterial gibt es dann auch noch charakteristische Strahlung. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich eine Rhodiumröhre einsetzen, dann sind das hier die Rhodiumfluoreszenzstrahlung, die hier auftreten. Und diese Röntgenstrahlung trifft also auf die Probe und dann schauen wir uns mal, was hier passiert. Ich habe hier mal so ein kleines Atommodell gezeichnet, in dem nichts anderes passiert, als die Strahlung kommt von außen. Das sehen wir gleich wieder. und schlägt sozusagen auf den inneren Schalen eine Lücke. Und jetzt, das passiert jetzt, die Strahlung kommt rein, ein Elektron wird entfernt und jetzt füllt letztendlich ein Elektron einer höheren Schale diese Lücke auf und dann entsteht unter anderem Fluoreszenzstrahlung. Die Fluoreszenzstrahlung ist dann charakteristisch für dieses Element, für dieses Atom. Das heißt, die hat eine ganz bestimmte Energie und deshalb können wir die nachher auch identifizieren im Spektrum, weil sozusagen jedes Element eine Art Fingerabdruck hinterlässt. Ja, so können wir das dann nachher auseinanderhalten. Und praktisch je nachdem, aus welcher Schale jetzt die Lücke gefüllt wird, unterscheiden wir eben K-Strahlung, L-Strahlung, M-Strahlung. Ja, das sind also dann die verschiedenen Fluoreszenzstrahlungstypen, die eben in Ihrer Probe auftreten. Auf der anderen Seite sitzt dann das Detektionssystem. Das heißt, wenn die Fluoreszenzstrahlung dann in Ihrer Probe entsteht, wird ein Detektor benutzt, der über einen Kristall und einen Kollimator dann mit Ihrer Probe gekoppelt ist. Und das System zeichnet sich dadurch aus, dass es hier unten immer einen ganz bestimmten Einfallswinkel gibt, unter dem die Strahlung nur zu dem Detektor gelangen kann. Und damit selektiert der Detektor eben genau eine Strahlung oder einen Strahlungsbereich. Das äußert sich am Ende, dass wir einen Peak bekommen. In der Mitte ist sozusagen genau die ideale Strahlung, die hier durchgelassen wird. Und da natürlich diese Platten einen Abstand haben, kann auch etwas Strahlung links und rechts sozusagen vorbeigehen. Und so entsteht dann nachher ein Peak. Hier habe ich das Ganze nochmal in der Frontalansicht. Das heißt, die Röhre erzeugt die Strahlung, die geht zur Probe, dort wird Fluoreszenzstrahlung erzeugt und dann nimmt das Detektionssystem die Fluoreszenzstrahlung ab. Die Parameter, die jetzt nun insgesamt einzustellen sind, die schauen wir uns jetzt an. Das ist erstmal die Röntgenröhre, da muss die Spannung unter Strom eingestellt werden. Es ist der Kollimator, da muss der Plattenabstand hier definiert werden. Also wie viel Strahlung möchte ich hier durchlassen und wie viel Abweichung vom Idealwinkel ist erlaubt. Dann welchen Kristall nehmen wir. Da muss natürlich geeignet sein, die Strahlung dieser Wellenlänge auch zum Detektor zu reflektieren. Dann haben wir die Winkeleinstellung, die natürlich immer auf beiden Seiten gleich ist und wir haben auch noch verschiedene Detektoren. Am Ende entsteht dann hier so ein Datensatz, wie ich es hier für Kupfer mal aufgeschrieben habe. Da habe ich also die Kupfer-K-Alpha-Strahlung. Die wird mit diesem Kristall-Lift 220 gemessen, mit diesem Kollimator, Plattenabstand, mit diesem Detektor, kein Filter hier dazwischen. Dann haben wir die Hochspannung für die Röhre, den Strom für die Röhre und letztendlich hier als 2 Theta, also zweimal den Winkel ausgedrückt, diesen Einstellungswinkel. Und man könnte auch noch eine andere Winkeleinstellung für eine extra oder zwei separate Untergrundmessungen definieren. Das wäre dann ein Datensatz, also die Einstellung der Messparameter für eine Messung eines Elements. Und das müssen Sie für jedes Element machen. Außerdem gibt es dann auch noch die Messzeit, die definiert werden soll. Also wie lange soll der Detektor unter diesen Bedingungen messen? Und eigentlich wäre ja auch noch die Atmosphäre wichtig, ist hier jetzt kein Thema, aber wir messen ja meistens unter Vakuum. Alternativ könnte man auch unter Helium messen, mit ähnlichen Ergebnissen, wenn diese Probe hier praktisch unter Vakuumbedingungen nicht stabil ist. Wir gehen jetzt, ich gehe nochmal zurück, wir gehen jetzt praktisch mal diese ganzen Parameter durch. und ich versuche Ihnen immer Beispiele zu geben, wie stellt man das eigentlich ein. Als Beispiel habe ich unser Oxyd-Programm genommen. Wir nennen das Raw Professional. Das ist ein Programm, wo wir mineralische Rohstoffe messen, die diese Elemente, die hier markiert sind als Oxyd, enthalten, präpariert werden, die über Schmelzaufschluss. Aber dann haben wir schon mal über den ganzen Elementbereich einfach Elemente als Beispiel. Gehen wir mal auf die Bedingungen der Röntgenröhre. Da ist es so, dass zur Anregung der Fluoreszenzstrahlung es günstig ist, wenn man entsprechend der Elementposition im Periodensystem die Spannung kontinuierlich erhöht. Also Sie sehen hier, der gelbe Bereich hat eine niedrigere Spannung wie der grüne Bereich. Und das ist eben genau das. Elemente mit höherer Ordnungszahl brauchen mehr Energie zur Anregung der Fluoreszenzstrahlung und damit auch eine höhere Spannung der Röhre. Das heißt, hier mal ein Vorschlag, wie man diese Elementgruppen praktisch, was die Spannung angeht, anregen könnte. Der Strom ergibt sich dann einfach komplementär. Das bedeutet, man versucht, dass das Produkt dieser beiden Zahlen immer gleich bleibt. Und Sie sehen, das ist hier immer 2400. Und damit betreiben Sie die Röhrung unter gleicher Leistung. Man nennt das auch Iso-Watt-Bedingungen. Das sichert einfach eine Langzeitstabilität der Röhre und eine lange Lebensdauer. Damit schwanken die Parameter nicht so stark. Auf unsere Applikation bezogen, habe ich das jetzt noch ein bisschen eingeschränkt, dass ich nur die dunkelrot hervorgehobenen Elemente jetzt immer wieder aufführe. Das können Sie dann als Beispiel nehmen. Und wenn Sie eine eigene Applikation haben, vielleicht mit diesen Parametern erst mal versuchen zu messen. Das ist sicherlich schon ganz gut und optimal. Die Nachbarelemente können Sie dann einfach gleich betrachten. Entsprechend auch diesen Angaben, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Es gibt noch eine andere Philosophie, dass man sagt, das ist mir aber hier zu kompliziert, das zu ändern. Ich betreibe einfach meine Röhre immer unter 50-50 zum Beispiel. Und das geht auf jeden Fall auch. Das können Sie machen. Das ist ja auch Iso-Watt. Das heißt, Sie betreiben die Röhre immer unter gleichen Bedingungen. Sie haben da nur leichte Einbußen. Zum Beispiel bei den 50-50-Einstellungen dann für die leichten Elemente im Vergleich zu dem mittleren Bereich haben Sie ungefähr 15% weniger Intensität und für die ganz Schweren auch wieder weniger Intensität. Das spielt natürlich nur eine Rolle, wenn Sie das System wirklich ausreizen wollen und auch können Sie das durch eine längere Messzeit dieser Elemente auch kompensieren. Also das ist jetzt ein bisschen, wie man es will. Das geht, das geht aber auch. So, schauen wir uns jetzt mal als nächsten Parameter den Kollimator an. Der Kollimator sind diese Platten hier. In der Grafik hier ändern sich die Plattenabstände. Wenn Sie sehen, das wiederholt sich immer wieder. Und der Einfluss dieser Plattenabstände ist einfach, je größer die Abstände, je mehr Intensität, aber je schlechter dann die Auflösung. Das habe ich hier mal dargestellt. Wenn die Platten also sehr engen Abstand haben, haben wir eine niedrige Intensität, aber damit einen schönen freien Untergrundbereich zwischen beiden Linien. Mache ich die Platten weiter auf, geht sofort die Intensität nach oben und dieses Tal in der Mitte wird immer kleiner. Das ist natürlich jetzt eine Frage, wie hoch sind die Konzentrationen der Elemente? Sie sehen schon, je höher diese Konzentrationen werden, desto weniger habe ich hier ein Tal in der Mitte. Und wenn man sich ja diese Peaks hier fortgesetzt betrachtet, dann habe ich irgendwann eine Linienüberlagerung und bin nicht mehr in der Lage, das sauber aufzutrennen. Also dann müsste ich auf jeden Fall zum kleineren Plattenabstand tendieren, damit ich eine bessere Auflösung habe. Es ist also immer ein Kompromiss. Hier die Tabelle über unsere Beispielelemente, wie zum Beispiel der Kollimator da typischerweise eingestellt wird. Gehen wir weiter zum Kristall. Moment, ich gehe mal zurück. Der Kristall ist jetzt hier die Auswahl. Das heißt, wenn wir unter gegebenen Umständen verschiedene Kristalle wählen können, was ist da der Einfluss? Und wir betrachten jetzt eben für das Vanadium mal den Unterschied, ob wir einen Lift 200 einsetzen oder einen Lift 220, der eben besser auflöst. Das ist eben jetzt hier der Vergleich. Und da sehen wir, haben wir ja gerade in dem Beispiel gesehen, für Spuren haben wir diese 0,15er hier empfohlen. Aber wenn wir jetzt hier Nebenbestandteile haben, das heißt, höhere Konzentrationen, wäre es vielleicht schlauer, dass man von dem Lift 200 auf den Lift 220 geht. Dann wird sofort hier die Auflösung viel besser. Wir haben zwar dann auch ein bisschen eine Reduktion der Intensität. Wir sehen, wir sind hier bei 3200. Hier dann nur noch bei 2600 Km pro Sekunde. Das heißt, beim Wechsel der Kristalle büße ich etwas Intensität ein. Aber letztendlich habe ich da eine bessere Auflösung. Das heißt, je höher die Konzentration wird, desto eher würde ich dann auf den Lift 220 gehen. Wenn sie dann noch höher wird, müssen Sie wieder auf einen feinen Kollimator gehen. Dann haben Sie die beste Auflösung für hohe Konzentrationen. Wenn Sie Spuren haben, gehen Sie auf den Lift 200 und dann vielleicht sogar auf den 0,4, weil Sie mehr Intensität haben. Sie sehen, hier führen immer viele Wege nach Rom. Und das muss man sich einfach durch mehrere Messungen an verschiedenen Proben anschauen, welche Bedingungen hier am besten sind. Und ich empfehle Ihnen immer, wenn Sie einen Kalibriersatz haben, suchen Sie sich für ein Element immer die niedrigste und die höchste Konzentration aus. Und dann machen Sie diese Tests, um zu sehen, wie sich beide Konzentrationsbereiche verhalten. Nach der Kristallwahl müssen Sie auch die genaue Linienposition einstellen. Das ist also der Winkel, der letztendlich die Fluoreszenzstrahlung zum Detektor dann leitet. Dass praktisch die Strahlung, die beim Detektor ankommt, genau im Maximum sitzt. Und diesen Winkel letztendlich, den speichern Sie dann im Messprogramm ab. Am Ende wird nicht mehr dieser Scan gemacht, sondern in der Routine wird nur noch bei einer fixen Position gemessen. Und wenn nötig, bitte auch noch einen Untergrund definieren, damit man praktisch die Intensität, die unter der Linie liegt, nämlich die Untergrundstrahlung, dass man die auch bestimmen kann. Hier wieder die Angabe, bei welchen Elementen messen wir, bei welchem Winkel und wo messen wir einen Untergrund. Wo messen wir sogar zwei Untergründe. Bei den leichten Elementen, da sitzt dann sozusagen der Peak hier auf einer schrägen und dann empfiehlt es sich wirklich, dass man auf beiden Seiten den Untergrund konstruiert, sodass dann hier diese Linie zwischen den beiden Punkten bestimmt werden kann und damit diese Position berechnet. Aber wann brauchen wir eigentlich einen Untergrund? Das habe ich hier mal dargestellt. Wenn Sie ohne Untergrund messen, haben Sie ja nur Bruttointensität, dann geht natürlich Ihre Kalibrierkurve bei Konzentration 0 durch einen bestimmten Intensitätswert. Und wenn Sie den Untergrund immer abziehen, dann haben Sie bei Konzentration 0 auch die Intensität 0. Das empfiehlt sich natürlich, wenn Ihre Kalibrierung bis in den Spurenbereich runtergeht, also bis zur Nachweisgrenze. Dann würde ich immer mit Untergrund messen, weil wenn der Untergrund schwankt, haben Sie natürlich in dem Bereich hier unten große Unsicherheit und damit einen sehr großen Fehler. Wenn Sie in jeder Probe, auch den Routineproben, den Untergrund messen und abziehen, haben Sie hier natürlich einen deutlich kleineren Fehler in diesem Bereich. Also das sind diese Überlegungen. Schauen wir uns doch an, welchen Detektor setzen wir ein. Das ist recht einfach. Wir haben die meisten Geräte, es sind mit zwei Detektionssystemen ausgestattet. entweder einen Gaszähler, einen Flow-Proportional-Counter oder einen Zintillationszähler. Und die sind jetzt hier wie im Periodensystem angezeigt für ganz bestimmte Elementbereiche geeignet. Der FPC, das ist hier dieser grüne Bereich und der SC, das ist der braune Bereich. Jetzt gibt es dazwischen noch eine Überlappung, da kann man sowohl als auch einsetzen. Ist auch ein bisschen vom Gerätehersteller abhängig, wie der das vorschlägt. Das haben wir dann hier in diesem schraffierten Bereich berücksichtigt. Und da muss man auch unterscheiden, betrachtet man die K-Linien, dann geht das hier bis Barium. Und praktisch die Elemente, die dann höher sind wie Barium, das ist dann Lantan, die werden ja dann eigentlich über andere Linien gemessen. L-Linien, die liegen dann sozusagen wieder im Bereich des Gaszählers. Deshalb sind die hier grün, dann schraffiert, also weiterhin grün. Dann geht es hier, geht es dann da weiter, bis dahin grün und ab hier würde dann der braune Bereich wieder anfangen. Hier, die sind wieder radioaktiv und dann haben wir noch Thorium und Uran am Ende. Also so teilen sich die zwei Detektoren ein auf im Prinzip die Elemente und das haben wir dann hier auch wieder für unsere Beispielelemente. Jetzt gucken wir hier noch in dem Video, das ist jetzt schon losgelaufen, dann gucken wir uns jetzt noch an, wie funktioniert eigentlich der Detektor. Wir haben wieder unsere Anordnung, Röhre, Probe, Kollimator, Kristall und Detektor. Und letztendlich zoomen wir jetzt mal in den Detektor rein. Das heißt, unsere Strahlung kommt jetzt in den Detektor und erzeugt da drinnen Elektronen. Und diese Elektronen werden dann unter dem Einfluss der Hochspannung, die in diesem Detektor anliegt, eben zum positiven Pol geleitet. Und in dem Moment bricht die Hochspannung im Detektor kurzzeitig zusammen. Es entsteht ein Strom. Das kann man hier auch als solchen Impuls eben darstellen. Und dann ist die Röntgenfluoreszenzstrahlung registriert. Die Höhe des Impulses entspricht praktisch genau der Energie der Röntgenfluoreszenzstrahlung, die reingekommen ist. Und wie oft diese Impulse aufdrehen, das ist die Anzahl der Counts, also die sozusagen gezählt werden für mein Element, für meine Elementlinie, die ich messe. Die zwei Detektoren, die wir betrachtet haben, das ist ja einmal hier ein Gaszählrohr. Das heißt, dann ist das hier Gasdurchflossen mit Argon. Und das heißt, diese Röntgenstrahlung, die reinkommt, ionisiert das Argon in Argon Plus und eben die Elektronen. Und so entsteht dann im Prinzip kurzzeitig dieser Strom. Wenn wir den Halbleiterdetektor betrachten, ist das eben ein Halbleiterchip, auf den die Fluoreszenzstrahlung trifft. Und wieder entstehen Elektronen unter Hochspannung. Wieder entsteht dieser Impuls. Das ist also der gleiche Effekt, egal welcher Detektor. Und wenn wir jetzt mal im Bild weitergehen, dann sieht das jetzt eben so aus, Beispiel Aluminium, das wäre dann also das Gaszählrohr, dass eben hier die Energie, das ist also die Höhe dieses Impulses, wird aufgetragen. Das heißt, wir wären jetzt zum Beispiel im Idealfall genau in der Mitte. Das wäre also die Aluminium-Fluoreszenzstrahlung, die im Detektor angekommen ist. Und hier zählt der jetzt, wie oft. Ja, das ist also die Höhe. Man sieht das immer hier, Intensität in Kilo-Counts pro Sekunde. Also wie viele Zählungen pro Sekunde haben stattgefunden. Ja, das sind also die Höhe der Zählimpulse. Und in die Breite geht das Ganze nur, weil eben auch der Detektor, ich sag mal, Fehler macht beim Registrieren, dass also unscharf gemessen wird. Und damit verbreitet sich dann das Signal hier zu einem Peak. Und natürlich kommt auch Strahlung mit kleinerer Energie rein, die dann natürlich hier zum Beispiel den Zählimpuls oder hier oder eben außerhalb von unserem Fenster erzeugt. Sie müssen jetzt dem Detektor auch noch seine Sichtgrenzen geben. Das heißt, wo soll er denn jetzt nun Ihre Intensität aufsummieren? Und da empfehle ich immer, dass Sie jetzt wieder aus Ihrem Kalibriersatz die kleinste und die größte Probe für das betrachtete Element, also was die Konzentration betrifft, messen. Und dann werden Sie eben für die kleine Konzentration eben so einen kleineren Peak sehen und aber für die höchste Konzentration einen großen Peak. Und jetzt sollten Sie die Grenzen so legen, dass Sie natürlich auch die höchste Konzentration messen. Da ist gerade eine Frage hier im Chat. Benötigt man Icon also nur während der Messung und sonst gar nicht? Also dieser Zähler gibt es eben einmal als Durchflusszähler. Das ist der häufigste Fall. Das heißt, dadurch fließt das Icon die ganze Zeit dieses Gas-Zählrohr, weil das wird verbraucht durch diese Ionisierung. Das heißt, das muss wieder gereinigt werden. Deshalb fließt er die ganze Zeit. Sie haben natürlich recht, man könnte das abschalten, wenn man nicht misst. Aber man braucht dann natürlich auch wieder eine gewisse Zeit, bis sich der Detektor stabilisiert. Aber das heißt, wenn man praktisch immer wieder messen möchte, dann fließt das Icon die ganze Zeit. Es gibt auch abgedichtete Zählrohre. Die werden nicht mehr so häufig eingesetzt. Das ist eigentlich nur für spezielle Anwendungen. Und weil natürlich, dann muss ich ja das Gas selber regenerieren. Gut, wir haben jetzt noch zwei Sonderfälle. Das betrifft hier eben die Einstellung der Grenzen. Und das ist eben in diesem Bereich, ich gucke mal ins Periodensystem, sagen wir mal von Titan bis Eisen. Diesen Bereich müssen Sie immer ganz bewusst betrachten. Die Elemente außerhalb sehen alle so aus, wie ich es hier davor mit Aluminium gezeigt habe. Also auch die, die mit dem Zintillationszähler gemessen werden, sehen immer so aus. Und die, die kleiner Titan gemessen werden, auch. Aber dieser Bereich zwischen Titan und Eisen hat eben diesen Sondereffekt, dass hier plötzlich noch so ein Escape-Peak auftritt. Das ist eben, Argon selbst beteiligt sich jetzt auch an der Detektion. Und dann geht eben, wenn Argon-Fluoreszenzstrahlung erzeugt wird, ein Teil der, hier Beispiel Vanadium-Strahlung verloren und macht hier nochmal einen zweiten Peak. Und dann muss man für die Elemente Titan und Vanadium, setzt man dann diese untere Grenze zwischen und für die Elemente darüber, außerhalb. Ja, dann nehmen Sie das mit. Da zählen Sie praktisch diesen Escape-Peak noch dazu. Das sollten Sie wirklich sauber einstellen. Vor allen Dingen sollten Sie wirklich darauf achten, dass diese Grenze nicht auf dem Escape-Peak ist. Entweder links daneben oder rechts daneben. Ja, weil das sorgt dann für instabile Verhältnisse in der Langzeitstabilität Ihrer Methode. Und das wollen wir nicht. Sie wollen ja die Methode lange benutzen. Gut, dann ist das im Prinzip auch mit dem Detektor eingestellt. Und dann haben wir jetzt eigentlich noch den letzten Punkt. Das ist die Messzeit. Wie lange müssen wir eigentlich messen? Und da müssen Sie einfach jetzt ja verstehen, dass dieser Peak dadurch entsteht, dass wir einfach warten. Das heißt, wir stellen das ganze Gerät hier ein und jetzt detektiert der Detektor eben genau die eine Strahlung, die der Kollimator in Kristall durchlässt. Und jetzt wird ja gewartet. Und jetzt baut sich ja dieser Peak auf. Das heißt, wenn wir dann eben bei einer bestimmten Empfindlichkeit 1000 Counts pro Sekunde haben und wir messen eine bestimmte Zeit, dann addiert sich ja eine bestimmte Summe. Und daraus berechnet sich dann Ihr analytischer Fehler. Das heißt, Sie müssen immer die Counts pro Sekunde, die ja in Ihrem Spektrum angezeigt sind, multiplizieren mit der Messzeit, um die gesamte Zähl, die gesamten Impulse zu haben. Und daraus berechnet Sie dann über die Wurzel, das ist einfach die Wurzel daraus, den relativen Fehler. Und so können Sie jetzt zum Beispiel hier für unsere 0,1% Vanadium, die wir zum Beispiel mit 600 Counts pro Sekunde messen, können wir dann sagen, wenn wir die, sag ich jetzt mal, 100 Sekunden messen, dann hätten wir ja 60.000 Counts, dann wären wir hier bei 0,2%. Wenn wir die einfach nur eine Sekunde messen, sind wir hier so bei 5, 6% und wenn wir sie 10 Sekunden messen, dann wären wir hier bei den 2%. Also so können Sie praktisch dann den Messfehler durch die Messzeit beeinflussen. Ja, das war eigentlich jetzt diese vier Punkte in den 30 Minuten erklärt. Wie gesagt, die anderen Punkte kommen dann in den nächsten zwei Webinaren. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir das Ganze natürlich auch in entsprechenden Trainingskursen auf unserer Fluxaminar-Plattform auch nochmal ausführlicher präsentieren. Es gibt dort auch noch spezielle Kurse, die sich wirklich aus Software bezogen dann darstellen. Schauen Sie da mal rein. Wenn Sie Fragen haben, einfach melden. Na ja, und dann möchte ich darauf hinweisen auf das nächste Webinar dann am 18. August, wo es dann eben dann um den Kalibrierpart geht. Da ist jetzt eine Frage noch reingekommen. Gibt es die Präsentation per E-Mail? Ja, Sie bekommen auf jeden Fall den Link hierzu. Ja, jetzt bin ich noch offen für Fragen. Ich bedanke mich schon mal soweit für Ihre Aufmerksamkeit. Also Sie können die Fragen und Antworten benutzen oder Sie können den Chat benutzen und wenn Sie das jetzt keine Zeit haben oder das so nicht wollen, dann schicken Sie einfach eine E-Mail. Ja, das ist ja auch kein Problem. Wir sind immer da und wir haben natürlich heute auch die Möglichkeit immer zum Beispiel über Zoom oder so auch bei Ihnen mal auf die Software zu gucken und Sie so auch mal noch zu schulen oder zu beraten. Wir kommen auch vor Ort, wie Sie wollen. Ja, also ich hoffe, ich konnte Ihnen heute in diesen 30 Minuten kurz, knackig, kompakt wieder ein bisschen tiefere Einblicke in die Wellenlänge, die spazierende RFA geben. Es war natürlich nur die sequentielle RFA, die Element für Element ist nicht die simultane. Das wäre wahrscheinlich wieder ein eigener Kurs. Gut, dann bedanke ich mich soweit und da gibt es noch eine Frage. Gibt es bei der Detektoreinstellung eine Regel für die obere Grenze? Na, ich würde sie im Prinzip so legen. Ich kann da noch mal ganz schnell auf die Folie gehen. Also ich würde praktisch sie nicht ganz ans Ende legen, weil das ist ja nur noch Rauschen, was Sie in diesem Bereich haben. Und dann legen Sie es wirklich ans Ende Ihres Peaks mit der höchsten Konzentration. Dann haben Sie einfach diesen Bereich hier sauber ausgeklammert, weil man muss ja nicht Sachen messen, die gar nicht zum Element beitragen. Ja, das hier und das hier, das ist nur Rauschen. Das ist ja nur Elektronik, die irgendwelche Signale erzeugt und die wollen wir nicht haben. Gut, dann wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich mich bedanken und freue mich, wenn wir Sie im nächsten Webinar auch wieder begrüßen können. Vielen Dank und Tschüss.